Der Schutz des Weltklimas geht uns alle an und Klimaschutz beginnt in der Stadt und deswegen meine ich, müssen wir die Straßenbahn als klimafreundliches und umweltfreundliches Verkehrsmittel weiter ausbauen. Es kann nicht sein, dass jetzt nach der Linie 2 Schluss ist, sondern wir müssen nach Wieblingen zum alten Eselsberg, vielleicht auch irgendwann nach Neu-Ulm die Straßenbahn erweitern und außerdem meine ich, dass wir in Ulm den Radverkehr nach vorne bringen müssen. Das Fahrrad ist immer noch das umweltfreundlichste Verkehrsmittel und Ulm muss zur fahrradfreundlichen Stadt werden und dafür möchte ich mich in den nächsten fünf Jahren im Ulmer Gemeinderat einsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017